Temit hat die verschiedensten Anwendungen. Es wird zum Beispiel im Schienenbau eingesetzt, um die Enden von zwei Schienenstücken zusammenzuschweißen. Es hat auch militärische Bedeutung und kann als Brandmittel genutzt werden. Temit ist ein Gemisch aus Aluminium und Eisenoxid, welches bei der Reaktion Temperaturen von über 2200 Grad Celsius und elementares Eisen freisetzt. Um die Reaktion zu veranschaulichen, haben wir sie im Freien durchgeführt. Der Aufbau besteht aus einem hitzeresistenten Gefäß mit Loch im Boden, welches durch ein kleines Metallplättchen bedeckt wird. Im Gefäß befindet sich das Thermitpulver. Es wird mit Hilfe eines Magnesiumstreifens entzündet. Anschließend findet eine stark exotherme Reaktion statt, bei welcher viel thermische Energie und Licht an die Umgebung abgegeben wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Redoxreaktion ist eine chemische Reaktion, bei deren Reaktionspartner Elektronen auf den anderen überträgt. Sie besteht aus einer Redoxreaktion und einer Oxidation. Bei einer Oxidation werden Elektronen abgegeben, bei einer Redoxreaktion werden sie aufgenommen. In diesem Fall wird Aluminium oxidiert. Hierbei gibt das Aluminiumatom drei Elektronen an das Eisenkation ab und wird dabei selber zum Ion. Das Eisenkation wird gleichzeitig reduziert und nimmt drei Elektronen auf und wird zum Eisenatom. Da die Thermitreaktion nur den Elektronenübergang beinhaltet, wird zur Verdeutlichung der Regeln die Reaktion von Mangan- und Permanganat-Ionen in alkalischer Lösung betrachtet. Zunächst muss die allgemeine Reaktionsgleichung aufgestellt werden. Aus der Angabe geht hervor, dass Mangan- und Permanganat-Ionen zu Mangandeoxid reagieren. Anschließend werden die Oxidationszahlen der einzelnen Stoffe bestimmt. Hierbei sind einige Regeln zu beachten. Im Allgemeinen haben Atome im elementaren Zustand die Oxidationszahl 0. Bei einatomigen Ionen, wie hier das Mangan-Ion, entspricht die Oxidationszahl der Ladung. In diesem Fall liegt eine zweifach positive Ladung vor, welcher einer Oxidationszahl von plus 2 entspricht. Sauerstoff hat in der Regel eine Oxidationszahl von minus 2, während Wasserstoff in den meisten Fällen eine Oxidationszahl von plus 1 besitzt. Falls das Atom mehrfach im Molekül vorliegt, muss die Oxidationszahl mit dem Index, also der Anzahl des Atoms, multipliziert werden. Da die Summe der Oxidationszahlen immer der Ladung des Moleküls entsprechen muss, hat das Mangan-Ion die Oxidationszahl plus 7. Bei ungeladenen Molekülen muss die Summe 0 ergeben. Im nächsten Schritt werden die übergehenden Elektronen aufgeschrieben. Wenn die Oxidationszahl eines Atoms nach der Reaktion niedriger ist, wurde es reduziert und hat Elektronen aufgenommen. Diese Teilreaktion wird Reduktion genannt. Wenn die Oxidationszahl eines Atoms nach der Reaktion höher ist, wurde es oxidiert und hat Elektronen abgegeben. Man spricht von einer Oxidation. Die Menge der fehlenden Elektronen wird durch die Differenz der Oxidationszahlen berechnet. Bei diesem Beispiel müssen zwei Elektronen bei der Oxidation und drei bei der Reduktion ergänzt werden. Die Ladung muss auf Edukt- und Produktseite gleich sein. Dazu ergänzt man bei einer sauren Reaktion Oxonium-Ionen und bei einer basischen Hydroxid-Ionen. Um das nun gestörte Stoffverhältnis auszugleichen, wird Wasser ergänzt. Abschließend werden die beiden Teilreaktionen zusammengefasst. Bei unterschiedlicher Elektronenanzahl müssen sie so multipliziert werden, dass sie auf beiden Seiten gleich ist. Danach werden sie in einer Gesamtgleichung zusammengefasst. Auf beiden Seiten vorkommende Teilchen werden herausgekürzt.